Grüße und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo hier auf meinem Kanal für die FarmCon21. Ich hoffe euch geht es soweit allen gut. Es gibt jetzt ein paar Infos, was ich vorhabe beziehungsweise was wir gemeinsam ein bisschen machen werden, was so meine Idee ist. Also morgen startet ja die FarmCon21 eben am Abend digital das Ganze. Leider Gottes muss ich ganz ehrlich zu sagen, ist es eben digital. Ich würde es mir auch offline wünschen. Aber gut, müssen wir nun mal das Beste daraus machen. Die FarmCon findet eben abends statt, täglich ab 20 Uhr laut Website und da mache ich auch ein kleines, nennen wir es Side-Event. Heißt nichts anderes, ich werde auch ab 20 Uhr streamen beziehungsweise da mich hinsetzen und mit euch gemeinsam diese Ankündigungen etwas analysieren, darauf reagieren und so ein bisschen Meinungsaustausch machen. Ich freue mich auf alle Fälle riesig drauf. Streamen hatte ich jetzt auch ein bisschen Pause. Deshalb wird es super, wenn wir ab morgen 21. Juli bis am Freitag dann jeden Abend streamen. Ich sag mal so, behaltet dein Twitch Stream Plan ein bisschen im Auge. Da werde ich die Einträge dann auch reinstellen, was sonst noch geplant ist. Auf alle Fälle wird es morgen losgehen mit Infos über die Jahreszeiten. Dann gucken wir uns eben die Elm Creek US Map an. Und wir werden auch auch beim Cinematic Trailer ein bisschen mit reinschauen. Behind the Scenes ist ja schon angekündigt. Dann steht vieles mehr auf der Website. Ja, das kann man jetzt natürlich auslegen, wie man will. Und eben am Donnerstag wird dann der spannendste Abend werden, denke ich, weil eben LS22 Gameplay Premiere. Da werden wir auf alle Fälle mit dem Hype rein starten. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, wenn wir hier das erste Mal In-Game Material zu sehen bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, eben auf Twitch. Link unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne rein. Ich freue mich, wer da mitmacht, wer am Abend dabei ist. Nicht vergessen, wir haben auch Farming Simulator League Turnier am Wochenende, im Anschluss an die Farmen kommt. Da ist natürlich Team Lindner wieder am Start. Dieses Mal spüre sogar wieder ich und bin da auch motiviert. Natürlich noch ein bisschen ins Training reinklemmen. Bin gespannt, freue mich auch auf unsere Kontrahenten. Wird sicher auch wieder ein spannendes Turnier, aber eben im Vorhinein freuen wir uns riesig auf Material, neue Infos und was es noch alles kommt zum LS22. Das war es auch schon wieder an der Stelle. Ein kleines Dankeschön am Ende noch, muss ich auch aussprechen. Nämlich 7500 sind jetzt endlich mal geknackt. War irgendwie komisch, da die ganze Zeit so rumzutümpeln, muss ich ehrlich sagen. Ist jetzt keine besondere Zahl. Für mich wieder irgendwie so ein kleiner Meilenstein. Deswegen wollte ich einfach mal kurz Danke sagen. Also wie gesagt, das ganze Event. Einfach Stream. Spaß haben. Ganz unkompliziert. Ganz entspannt. Auf meinem Twitch-Kanal. Link unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich eben sehr, sehr freuen, den ein oder anderen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns dann morgen. Nicht vergessen, tragt es euch im Kalender ein. Macht eine Erinnerung am Handy. Wie auch immer. Ich freue mich, viele von euch zu lesen, viele von euch dabei zu haben. Bin selber gespannt, was wir dann wirklich alles zu sehen bekommen. Es ist ja eigentlich meiner Meinung nach der Zeitplan ein bisschen grob angerissen. Ich finde es aber trotzdem cool, dass es abends ist. Untertags haben die wenigsten Zeit. Arbeit. Okay, Sommerferien sind ja gerade schon in manchen Teilen. Zumindest auch in Österreich. Da ist auch nicht jeder untertags verfügbar. Nehme ich jetzt mal stark an. Also wie gesagt, ab morgen, 21. Juli, 20 Uhr geht's los. Ich freue mich. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss. Ciao und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.